Unsere Nummer 28 Fräulein Franzi Diese Fuchsstute geboren im Jahr 2018, sie ist 1,67 Meter im Stockmaß gemessen. Sie stammt ab von Finnegan, Lauris Crusader, Winston, Wasserzucht unter Besitz von Helmut Allmann aus Trochtersen. Perfekt für den ambitionierten Reiter zeigt sich die Finnegan-Tochter Fräulein Franzi. Ein starkes Nervenkostüm und Charakterstärke machen sie zu einem Dressur-Nachflugs für jedermann. Ladies and Gentlemen, Lot Nummer 28 Fräulein Franzi This chestnut mare is born in 2018. She is 16,13 quarters hands high. She is by Finnegan, Lauris Crusader, Winston. Perfekt for the ambitious rider is the Finnegan-Tochter Fräulein Franzi. Her strong nerves and strength of character make her a dressage of spring for everyone. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020